So, da melde ich mich wieder. Hier ist der Willisauer Glockenfreund. Ich möchte euch jetzt meine neueste Uhr vorstellen. Eine klassische Tischuhr von Hermle. Das spezielle ist bei dieser Uhr nichts besonderes, nur dass das Uhrwerk reinschauen kann und dass diese Uhr mechanisch ist. Diese Uhr läuft gut acht Tage, ohne aufziehen und habe sie heute gekauft beim Uhrenhändler in Rorschach. Der Jahrgang ist etwa gut 2015, weil sie gut etwa zwei Jahre schon im Schaufenster war und niemand hat sich interessiert für diese Uhr. Dann habe ich sie jetzt heute ein bisschen günstiger kaufen können. Ja, ich habe jetzt sehr Freude daran. Sie läuft jetzt gut etwa eine halbe Stunde. Schon hier auf dem Spezialplatz. Das Gute ist bei dieser Uhr, das Ticken ist so leise, dass man das eigentlich fast nicht wahrnimmt. Und eine wunderschöne Verzierung. Der Schlüsselaufzug ist hier das Loch bei der 6. Und ja eben das 8. Das ist ein typisches Tage, 8 Tage Werk. Das heißt, dass das Werk gut 8 Tage ohne aufziehen läuft. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend und morgen einen schönen Sonntag. Euer Willi Sauer Glockenfreund. Tschüss! Und das so leise. Also, es wird das hier untergeblend. Es wird ganz schön. Ich kann das draufhaken. Ich kann das hier in der Hand.